Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo oder ja ich werde wahrscheinlich in die normale Videoliste einreihen aber ich wollte euch nicht vorenthalten wie es denn hier eigentlich mit dem Obstanbau aussieht und deswegen habe ich einfach mal jetzt die Obsterweiterung gestartet und wir sehen schon mal Änderung Nummer eins und das finde ich sehr interessant das war hatte ich gar nicht so auf dem Schirm wenn ich ehrlich bin wir haben hier eine neue Map mal wieder und da haben wir also eine dritte Map sozusagen und da haben wir hier die Obst nee die Frucht Weiterverarbeitungsanlage wo wir also unser Obst das wir dann hier anbauen auch entsprechend ja weiterverarbeiten können wir haben hier einen viel größeren Trecker zum Start bekommen mit Spritze damit müssen wir direkt mal loslegen und zu unseren Feldern fahren denn bevor wir den Obstanbau starten können müssen wir erstmal die Felder dümmen im freien Spiel werde ich das auch zeigen da werde ich euch allerdings auch zeigen was ich da empfehlen würde welche Maschinen ich kaufen würde und welche ich dann von welche Tätigkeit ich von Helfern machen lassen würde weil da muss man schon ein bisschen darauf aufpassen weil das sind halt Investitionen zum Beispiel hier so ein Düngerstreuer der ist schon ziemlich teuer gucken wir mal gerade wo wir hier überhaupt Felder haben und dann zeige ich euch das mal also wir fahren jetzt erstmal hier raus und da fahren wir oben rechts rum da kommen wir zu unseren beiden ersten Obstfeldern Obstfelder könnt ihr auch im normalen Spiel anlegen und das Obst verkaufen aber ihr könnt es nicht weiterverarbeiten das werde ich auch in diesem Video nicht zeigen können das werde ich auch in diesem Video nicht zeigen können ich wollte nur erstmal einen kleinen ersten Einblick geben wie das denn mit dem Obstanbau auch funktioniert und ihr wisst ja das ist ein Playtest das heißt wir werden die Wartepassagen dann möglicherweise auslassen also dieses hier ein kleiner Einschub und ich möchte euch bitten in den Kommentaren jetzt fleißig fleißig abzustimmen wo soll ich weiterspielen unser freies Spiel wo wir dann auch die ganzen also wirklich die große Map haben wo wir ganz viele Felder besitzen können ganze Maschinen dann auch kaufen ich war gerade falsch rum sehr gut die ganzen Maschinen kaufen und Obstbau machen das einzige was wir dann nicht machen können ist die Obst Weiterverarbeitung oder wir spielen auf dieser etwas kleineren Map verarbeiten Obst weiter und expandieren trotzdem aber wie gesagt es sind deutlich wenn wir nochmal gucken hier es sind halt deutlich weniger Felder die wir besitzen können vielleicht mögt ihr das ja auch dann lieber mehr auch hier sage ich trotzdem meine persönliche Meinung ich würde lieber auf der großen Map weiterspielen und auf die Obstverarbeitungsanlage verzichten weil bei der großen Map haben wir mehr Möglichkeiten zu expandieren alles mögliche auszuprobieren so hier unser erstes Obstfeld so das müssen wir als erstes mal müssen wir hier das düngen sehen wir hier die Bodenwerte Furchtbarkeitsrate 0 das ist also nix ne wir klappen wir jetzt mal erstmal hier die Feldspritze auf und dann gucken wir mal wie breit die ist das weiß ich gar nicht dafür dass die Dinge halt so teuer sind normalerweise soll man auch nicht mit diesen großen Treckern dann auf die Felder fahren in diesem Fall machen wir das jetzt mal es gibt auch extra dann Spritzen mit denen ihr dann in euren Weinbau oder in eurem Fruchtgerät dann halt rumbauen könnt äh rumfahren könnt einen kleinen Trecker haben wir davon auch auf dem Hof den zei... oh da bin ich mal zu schnell und den zeige ich gleich mal so und hier können wir jetzt erstmal sehr schön spritzen auch hier wieder die Kamera sehr praktisch ne die Rückkamera also das ist schon eine feine Sache wir machen das jetzt mal nicht wie die Profis ihr habt euch ja auch beschwert wegen Vorgewende dass ich das ja nicht richtig gezeigt habe dass ich im Kreis fahre und so haben sich einige beschwert ja hey ähm ich wollte halt in dem ersten Vorstellungslettsplay halt zügig damit fertig werden so nochmal um die Unterschiede klar zu machen also wenn ihr den DLC habt dann bekommt ihr eine kompletten komplette weitere Map diese ganzen Fahrzeuge und Maschinen sind soweit ich weiß identisch aber es gibt noch zusätzliche Dinge die wir halt brauchen um die Früchte zum Beispiel dann zu Saft zu verarbeiten dann kann man halt Fruchtsaft draus machen und den wieder verkaufen und sowas also ein bisschen weitere Wirtschaftszweige und ähm ja es sind interessante Idee ob die nun 10 Euro wert ist weiß ich nicht oder 8 Euro Unterschied wert ist weiß ich nicht so genau das muss dann jeder vielleicht für sich selbst entscheiden ich werde es auf jeden Fall erstmal kurz zeigen hier so damit sind wir auch hier schon fertig jetzt war ich mal schnell auf dem kürzesten Wege zurück zum Hof hätte ich gar nicht da oben rumfahren brauchen durch naja so schlau bin ich wieder gewesen und dann beginnen wir das anbauen da auch schon mal wieder ein wichtiger Hinweis es gibt dann zwei Arten es gibt einmal die Sträucher und es gibt einmal die Bäume die Bäume brauchen drei Jahre um zu wachsen wenn ich das richtig gezählt habe und die Sträucher nicht das heißt wir werden natürlich jetzt den Teufel tun und Bäume bauen wenn ich euch das zeigen will so klettern wir hier raus den brauchen wir jetzt erstmal kurz nicht und jetzt gehen wir mal zu den ja zu den Obstanbaumaschinen wo war denn die jetzt die stand doch hier im Rum die hab ich doch schon gesehen hier hab ich schon wieder die Orientierung verloren hier da vorne sieht niedlich aus eine Funktion die vielleicht vielen noch nicht klar ist die zeige ich jetzt auch mal kurz weil einige haben das wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt wenn ich jetzt auf Felder gehe und will jetzt im Agrarshop was kaufen hier dann kann ich das als als Fernsteuerung machen ich muss nicht da hinfahren und das Saatgut kaufen jetzt kann ich jetzt hier hingehen und sagen Kirschbäume ne Pflaumenbäume ne Apfelbäume das sind halt die die großen da gibt es halt hier schwarze Johannesbeersträucher und Stachelbeeren ich würde jetzt mal vorschlagen wir machen halt nur die Johannesbeersträucher wie cool Apfel und so weiter aussieht das zeige ich euch dann wieder im normalen Spiel da kommt eventuell heute dann die nächste Folge davon wie gesagt das ist eine kleine Einschubfolge zum Thema Obst jetzt kaufen wir mal hier wofür das fällt würde ich jetzt mal so schätzen 200 Setzlinge müssten eigentlich reichen wobei ich nicht weiß ob es dann Unterschied gibt zwischen Bäumen und Sträuchern müsste es ja eigentlich so dann hängen wir hier diese kleine Maschine an und mit der Maschine mieten wir gleich den Watzlaff hier das ist unser polnischer Saisonarbeiter ja den mieten wir gleich mit an und der setzt dann sozusagen die Setzlinge aus und das zeige ich euch auch sieht so ein bisschen aus wie der Tremot aus dem LS so wir fahren zu unserem Magazin dahin werden ja immer die Sachen geliefert wenn wir so Düngemittel und so weiter bestellen wie gesagt das ist cool ne wir haben also seit neuestem sozusagen ein Computer mit dem wir dann die Sachen bestellen können so jetzt gehen wir hier Seemaschine befüllen und die Pflanzmaschine befüllen jetzt hat er da hups jetzt hat er hier die seht ihr das da sind die Setzlinge die hat er jetzt da drin jetzt fahren wir mal zum Feld und pflanzen die an übrigens habe ich so ein bisschen den Eindruck dass wirklich schon an der Grafik jetzt in dem letzten Patch ein bisschen geschraubt wurde das sieht jetzt nicht mehr ganz so überstrahlt aus es kommt auch auf die Tageszeit an wenn wir jetzt Mittag haben ähm am hellster Mittag dann knallen die Sonnenstrahlen hier drauf wenn es dann Dämmerung ist und so sieht das auch schon wieder viel hübscher aus so wie pflanzen wir an jetzt sind wir hier beim Feld und da sehen wir folgendes wenn wir den Feld uns oh da müssen wir doch viel mehr Samen kaufen also bei den Bäumen kann ich ja mal verraten hier sind diese Dinger hier viel weiter auseinander so jetzt lassen wir den Watzlaff den lassen wir runter jetzt nimmt er da seht ihr das nimmt er den Samen da fahren wir schön langsam sonst kommt der Watzlaff nämlich nicht mit so und der pflanzt jetzt hier in jedes kleine Löschchen pflanzt der jetzt ein kleines Johannesbeerenbüschchen so und wenn wir jetzt zu schnell fahren seht ihr hier da bleiben welche übrig da kommt der Watzlaff leider nicht mit dann müssen wir nochmal äh ein Stückchen zurück oder das hier seht ihr da ist nämlich eins übrig geblieben also äh sehr coole Sache das könnt ihr auch im normalen Spiel machen also könnt ihr im normalen Spiel auch diese Sachen anpflanzen wie gesagt Bäume dauert halt eine Zeit bisschen Geduld haben bei Bäumen könnt ihr auch schneller fahren also da könnt ihr auf Stufe 2 fahren hier fahre ich jetzt auf Stufe 1 damit der Kollege Watzlaff noch mitkommt auch hier eine schöne Sache könnt ihr jetzt gucken hier ich fahre jetzt hier ganz normal gemütlich in der Landschaft rum so übrigens da hinten seht ihr das so sehen die Kirschbäume zum Beispiel oder die Apfelbäume im Frühjahr aus die kriegen richtig schöne Blüten und finde ich nicht schlecht so und da sehen wir hinten der Kollege Watzlaff der ist am Arbeiten mit seinem roten Holzfällerhemd ne ich mach kurz einen Cut und wir sehen uns wieder wenn ich mit dem Feld fertig bin und dann erkläre ich euch alles Weitere wir haben mittlerweile Juni und wie ihr seht aus den kleinen Sprösslingen sind jetzt hier schon die ersten kleinen Pflänzchen mit den ersten kleinen Trieben herangewachsen ich wollte euch das einfach mal zeigen weil ich finde das einfach sehr sehr schick gemacht ja also die Pflanzen die haben wir auch schon ich habe jetzt nur zwei Reihen gepflanzt weil so lange haben übrigens unsere 200 Samen gereicht so viel dazu ja sehr schöne kleine Pflänzchen hier mal gucken was raus wird im Laufe der Monate jetzt haben wir zum Beispiel August beginnt zwischen den Pflänzchen hier das Gras zu wachsen das könnt ihr dann mit speziellen kleinen Mähmaschinen die habe ich schon in einem der vorherigen Videos gezeigt und dem kleinen Trecker zum Beispiel ach der Watzler ist auch noch da und dem kleinen Trecker in Kombination könnt ihr das dann halt weg mähen ob das jetzt einen Einfluss auf den Ertrag hat bin ich mir nicht hundertprozentig sicher müsste man mal ausprobieren mittlerweile sind wir im zweiten Jahr und ihr seht die Pflanzen sind einiges gewachsen wahrscheinlich werden wir uns in diesem Jahr dann schon auf eine schöne leckere Ernte freuen können von schwarzen Johannisbeeren 200 Sträucher 1. August im Folgejahr und wir sehen die Büsche hier tragen die ersten Früchte das heißt ich gehe jetzt mal schnell einen Kredit aufnehmen und hole uns mal gerade die Maschinen die wir jetzt als nächstes brauchen bei der Bank das ist hier im Spiel eingezeigt mit so einem Dollarzeichen wo ich jetzt gerade drüber stehe könnt ihr das nicht sehen können wir einen Kredit aufnehmen das machen wir mal oder nehmen wir mal 250.000 auf und gehen mal Maschinen shoppen das Ganze finden wir ebenfalls auf der Map und zwar hier vorne beim Maschinengeschäft da fahre ich mal schnell hin durch die Obsterweiterung gibt es einen neuen LKW hier unten glaubt mir ihr wollt den irgendwann haben weil ansonsten ist der Transport der ganzen Geschichten sehr anstrengend hier habe ich euch eben schon erzählt gibt es die Spritzen es gibt Erntemaschinen die vollautomatisch sind wir haben aber jetzt beim Kollegen Watzler von seiner Familie angerufen haben gefragt Jungs habt ihr mal eben Zeit rüber zu kommen wir müssen ein bisschen Obst ernten und deswegen gibt es hier zwei Plattform Wagen die interessanterweise ist der günstigere der in meinen Augen bessere weil er mehr Kapazität hat den kaufen wir mal und dann bringe ich den mal ganz fix äh unten zum Hof und dann fangen wir auch schon mit der Ernte an Während ihr weg wart habe ich Ärger bekommen ein Angeruf von der polnischen Gewerkschaft für im Obstanbau beschäftigte Gastarbeiter die haben sich beschwert dass ich meiner gesunderhaltungspflicht nicht nachkomme denn naja mit diesen Plattformwaben müssten die sich ganz schön runter bücken deswegen habe ich hier für euch mal ganz fix einen Ernter an den Start gebracht und ähm das ist also hier eine Strauch Erntemaschine wenn ihr so wollt die fährt hier einmal drüber und dann kann ich hier jetzt rucki zucki meine leckeren Johannisbeeren da landen sie auch in der Kiste guckt euch das mal an sieht das lecker aus wunderbar kann ich hier meine Johannisbeeren jetzt ernten und wenn diese Kisten voll sind das sehen wir bestimmt auch gleich ich gucke ob wir noch schneller fahren können bin ich mir gar nicht mal so sicher das sieht auf jeden Fall schon mal gewaltig aus was wir hier machen äh ich glaube wir sind etwas zu schnell eine Maschine der Firma Saman die Saman 9000 wer kennt sie nicht ah da fliegen die Blätter raus also das ist alles sehr sehr liebevoll gemacht wenn ihr sehen wollt wie das mit den Bäumen aussieht mit den Obstbäumen das werde ich auf jeden Fall im normalen Let's Play ähm dann zeigen und dann können wir hier jetzt also leckere Trauben ernten und in dem Fall hier halt Bären leckere Bären Johannisbeeren und ups da bin ich aus der Furche gerutscht kommt auch schon mal vor so schauen wir mal so da sind die ersten Kisten abgefallen ja und die transportieren wir jetzt zum Händler so ich schlepp mal eben die Kisten hier auf die Plattform ah und dann schauen wir uns mal an eieieiei sind die Dinger schwer ne 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 das ist nichts für mein Rücken und dann schauen wir uns mal an wie wir die weiter verarbeiten können ja hier sind wir an der Obstfabrik angekommen einem Hauptelement des großen DLCs sozusagen Aliumuloi hier stehen die Auflieger die können wir später selbst besitzen selbst damit rumfahren zu Beginn des Spiels können wir allerdings nur eins machen nämlich wir können die Früchte hier abladen in die Weiterverarbeitungsanlage und das war es auch schon kann man später ausbauen später können wir äh mehr Dinge damit machen all das und mehr werdet ihr natürlich bei mir im Let's Play sehen aber hier das erstmal als kleiner erster Eindruck in das was hier alles geht wie gesagt die weiteren Details schauen wir uns dann in aller Ruhe an hier ist auch irgendwo bestimmt noch eine Info wollen wir mal gucken was da aufkloppt Moment hab ich da nicht gerade was gesehen jedenfalls äh riesengebäude riesenfabrik hier und ähm ja ich bin gespannt was wir da dann noch entdecken werden ähm mal schauen ob heute noch eine weitere Folge des normalen Let's Play kommt ich lasse erstmal diese hoch bin mal gespannt wie auch abstimmt wie es dann weitergehen soll aber ich äh wie gesagt präferiere auf der großen Map weiter zu machen und da trotzdem dann Obstbau zu machen das einzige was halt nicht machen können sind halt so Fruchtsäfte verarbeiten und so weiter aber da habt ihr noch was zum selber rausfinden ich bin raus danke fürs zuschauen empfehlt die Videos weiter lasst einen Daumen da lasst einen Kommentar da würde ich mich freuen bis zum nächsten Mal danke fürs zuschauen und bis bald Tschüss